Huiiii! Hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther JP und das hier ist ein kleines Let's Community auf der Map T3C mit einigen, einigen Leuten, ich hab hier mal eine ganze Trummel versammelt, auf der linken Seite hier SupertCrafts, hallo! Hallo und auch herzlich willkommen von meiner Seite! Und hier ist dann eben halt der Sami, der war ja auch schon mal dabei, hallo! Hallüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Jawoll, hier bin ich. Und hier, sechs insgesamt, werden jetzt irgendeine Stage aus T3C einfach mal versuchen zu bestehen. Kann ich eine vorschlagen? Ja, schlag meine vor. Äh, dieses Wüstenlevel, also da sollten wir einigermaßen lange dran rumklarbüstern. Die ist auch ganz lustig, also die hier. Die Wüste sind sehr nervig, die ist sehr nervig. Das ist mit den ganzen Pistons, glaube. Nervig mit Pistons, aber hier Multiplay ist, glaube ich, nicht ganz so praktisch. Die sollten nach drei durchgehen, zuerst hier. Wohin sollen wir gehen? Hier, nochmal eins. Bei Reihe eins. Ja los, alle nach eins. Alle nach eins, jawohl. Will nicht einer die Regeln vorlesen? Nein, anscheinend nicht. Nee, ich hab die Werte auch schon mal gespielt im Singleplayer und die Web, also das sind die ganzen Standardregeln. Der Buckel ist schon abgeschissen. Wie die Ersten schon runterfliegen. Ey, Truhe, ach, verdammt. Ey, Checkpoint vielleicht mal öffnen, ne? Machen wir das, dass immer die Checkpoints benutzen oder jeder die Stage schaffen muss? Nee, besser checken. Jeder, jeder muss. Jeder muss sich schaffen. Alles klar. Müssen wir darauf abachten. Ey, wir müssen, äh, versuchen irgendwie nacheinander zu springen, sonst fliegen wir immer runter. Ja, du machst nur erst. Nein! Ach, die wollen, die du verarschen hier. Na gut. Ah, Fee. Günter LB springt. Gott, oh, 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 ist das leicht? Ähm. Ich bin schon Level 5. Ah, bin hängen geblieben. Ich bin immer noch am Zweiten. Ich bin immer noch am Zweiten. Checkpoint und öffne. Und öffne euch raus, ein wenig. Oh, perfekt. So, fertig. Ah, da geht ja auch schon weiter. Äh, toll, tot. Oder machen wir doch mit Checkpoints? Also, ja, also die Checkpoints sind geöffnet. Ja, aber dann bist du, hey, ich bin schon bei Level 6. Sorry. Das wäre schon blöd. Ja, gut, dann stupst du ja alle runter. Oh, lol. Ich bin auch gar nicht runtergestupft von irgendwen. Tron und ruhig. Ihr müsst noch schneller kommen, denn ihr seid immer noch dort hinten. Ja, wenn du vorrennst. Wee. Hey. Boah, ich bin immer noch bei 2. Das ist die Beide. Kennt ihr die Map 500 Sprünge zum Erfolg? Jo. Ja. Die ist lustig. Wo? Müssten wir jetzt hier lang? Ja, da, ne? Hier ist der Checkpoint. Geschafft. Ey, seid mal nicht immer so schnell, weil... Ach, verdammt! Ist doch echt zum... Ich warte mal auf ein paar, ne? Ich fache immer noch mehr von euch. So weit raus. Irgendwer von euch. Ich spiele gerade nur mit 35 FPS. Das ist voll die Qual. Scheiße, ich bin 32. Ja, ich bin 32. Ja, ich habe immer 60 oder 70. Ja, okay, ich bin bei der Aufnahme mit 35, weil ich eben halt mit Crap die Dienstwurfs gestoppt habe. Oh, ich bin mal hier mal zum Mäuse melden. Kann ich mal hier mal jemand? Ach, da lang. Kann man hier mal Futter geben? Ich habe nichts mehr. Nein, oh! Stimmt, ich habe auch nicht zu essen. Yeah, geschafft. Ja, ich bin der erste. Ja, toll. Ja, das ist jetzt unmöglich. Wie? Äh, hä? Wie bin ich jetzt so noch? Supercraft, ich tu dir mal nur eben, äh, ganze Zeit nachlaufen, weil... Ich blick da gar nichts und ich brauche auch Essen so langsam. Ich bin fast tot. Lefe, oh Gott, ey. Juhu! Meine Frame-Zahlen hüpfen umher, ey. Yo, Günther hat das erste Level geschafft. Nee, hier ist noch 1.9, hier ist noch ein Ding. Hä, wie bin ich jetzt... Hä? Ja, das ist alles sehr gut. Ja, das macht mehr als ihr. Da springt ihr manche Sachen oder was? Ich bin Challenge 1 komplett auf alle 10 Level geschafft. Ich bin erst bei 1.9 gewesen. Moment. Boah, man war frei. Ich komme hier nicht weiter, ey. Ach, da sind Leiter, ups. Oh, nicht schlecht. Sollen wir das vielleicht mal gleich mal sehen? Wir müssen jetzt mal ein bisschen gemeinsamer machen. Günther? Ja, wir sind tot. Am Anfang gab es Rüstung und Leben. Oh. Ja, toll. Ich glaube, die Map ist nicht für 6 Leute geeignet. Nein, das ist nicht richtig. Ich bin jetzt wieder draußen. Ja, ich muss auch wieder sein. Äh, lol. Ähm. Schaf, töte mich, los. Geht so gut. Kann mich einer töten? Hier, dieser Semi-Typie? Töte mich mal bitte. Mich auch mal. Das reißt die PVPs nicht an, ist doch zum... Eben, es gibt hier ne Kiste, komm mal mit. Komm mit. Hier. Oh yeah, ich hab's auch nicht öffnen. Oh, ich kann die auch nicht öffnen. Jeder kaputt machen. Ich kann die auch nicht öffnen. Ich kann die auch nicht öffnen, wenn man Apfel bitte. Apfel, jäääääh. Apfel, jääääääää. Jähä. 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 Ja, ich brauche aber was für Feed, also für Hupen. Das halt aber Nahrung, glaub ich auch. Ich hab bis jetzt nur eine. Ich glaub schon. er hat noch nicht so leute wir gehen jetzt mal alle zu stage 2 6 2 2 2 2 wo ist das durch Rüstung raus das ist sicher er hat er nicht öffnen ich habe gerade jeden OP gemacht ich muss auch diesen warte im Moment ich kann es ganz rausnehmen alles klar habt ihr die Rüstung alle? was ich musste er noch keine Rüstung Moment ich bin mal kurz auf kam ähm ja wer übernimmt jetzt das Reden ja ich bin OP ach ne Gameo darf ich mir nicht geben ich bin immer noch kein OP Kidi tausend, gib mal ein hier ich glaube ich auch nicht das ist wer will OP? ich gebe dem OP ich brauche Kidi tausend Kidi tausend Kidi einfach groß geschrieben und äh tausend einfach das so der büsten Kürtel Kürtel du hast okay Junge Pumperchino ich kann aber Kiste immer noch nicht öffnen nur so ich kann Polnisch sprechen hier die und dann 1000 nee, Kitty mit 1 geschrieben noch ach so, ja, in meinem Texte-Pack sieht man das nicht so, jetzse ja, jetzse hey, Betz wo ist denn der Günther jetzt hin? der Günther ist nirgends und überall der Günther ist kacken auch gut ja, ich bin auf dem Vollkacken ja, der Günther ja, soll ich scheiße, ey gehen wir alle zu Stage 2 nicht möglich, jetzt ist mein Kraft abgekackt, glaube ich das ist jetzt fehlt nur noch solche wer wird Millionärmusik Günther Jaube, ein Sturz hochtausend eben das ist ja klar, hä? ja, übrigens Entschuldigung, dass ich auch zeichne ich stellen muss aber es deckt irgendwie keine Ahnung warum ähm, glaube ich nee, weil ich glaube, ich glaube können wir jetzt, können wir weitermachen? ja genau, kommt mal alle mit ich muss nur einmal kurz was gucken, wenn ich da ich mach mal bei mir Zeitlupe an, so dass ich nicht verfehle ha, wo seid ihr hin? da, hier ist der oh, ich hasse 2 oh, ich hasse 2 das ist so behindert mit diesen ganzen Bäumen hier ey, wie die alle mit Goldrüstung an- äh, Diamantrüstung ankommen, ey, richtig geil ah, ah, Entschuldigung Alter wir sind ja nicht mehr bei Hunger Games Alter, das leckt echt ah, man echt? ja, ist normal leck ist auch ein Entsturz in den weck ich äsident � wo seid ihr alle wennnig mal fragen os eni wohl n naja aber trotzdem ich war noch bei 2.2 da würde ich auch weit extra gemacht, das weiß ich jetzt jetzt ja aber dass ihr keiner steht und auch schon an der freund auf geht noch was er mir ja mein spiele 35 fps kann ich auch nicht spielen ja endlich aber dann musst du mich ja nicht runterschubsen ich mache ein checkpoint auf er bin auch schon da ich habe wieder fbs einsturz läuft jetzt konstant auch von 30 frames aber ich spiele auch auf sichtweite zeigen ja irgendwie ist mein kopf wieder kaputt wo muss man da hinten Prozent du bist so zu diesem Haus da rechts genau ja ein Auer tut doch ich schaust und die Wälder gestoppt Nr. auf beiden hat es untergefallen achten sei sie ja alle ich für durch kann ich irgendwie ihr seid alle und die zweite Verschleut ich bin bei Prozent derzeit 2.4 oder zwei strich hier das ist ja herrlich ich weiß nicht woran das liegt was bist du bei stage 2.4 ich bin 2.3 dann bin ich eigentlich gleich bei dir oder ja ich hab mal kurz geliehen gleich wieder da alles klar meine Fresse macht starten Korte Epo Pelo was dort sollte er gehört so kurz mit mir was schlau bestellte aber voll wieso ist das aber voll sie sind er hat dort auf den ich bei der Aufnahme macht das Null München er ist er denn jetzt noch ein anderer sagt mal Leute würde ich wissen der nächste Auto aber dann muss ich raus warte ich schaffte es nicht tut mir nicht alle so schubsen auch hier war ich doch schon ich muss da ich habe die ganze Zeit bei 2.4 muss man jetzt über den Zaun hüpfen und dann dahinten da ist ja ein Schild ja ich bin bei 2.5 wieso bin ich jetzt nach unten gefallen wo ist 2.5 wenn ich es ist doch ja ich glaube das geht immer kreiswärmlich weiter ja das ist für einen Arsch Ey 2.6 ist auch schon offen ne ja ich habe 2.6 aufgebracht verdammt achso ok wow los wer schafft 2.6 hier ich mach mal Musik an ich darf alles ok nicht Musik macht ihr hier macht die Musik aus ich habe mich weil ich im Hintergrund laufen deswegen so ok nice ok 2.7 schon offen alle rauf also alle auf 2.7 hier steht die Welt nicht mehr ach leckere nein 2.7 wo ist das hierher hier hier wer hat der Wurz und der ich habe es nicht geöffnet übrigens hier das ist ein zweiter 8 ist fertig hat 2.8 auf gut ja so schnell geschafft ja ich habe ich habe dich nicht mal gesehen ich habe ich war ja vor dir ich war ja vor dir ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich muss oben auf dem Baum rauf und dann kannst du überspringen das sind ich verstehe das mit den ja mann muss Schifteilen nur auf die Leiter zu springen wie alle abflägen und ab eine aber du also Schiff in der Pflichter Mano ja ich weiß wir schon auch jemandem Weg was kann ich ja auch ey wie kommt es denn da hoch was geht ich bin das ist nur ein Jump ok jetzt habe ich da geht es noch weiter ach scheiße noch niemand so mehr Strait zum Schuss keine so oft schafft keine Strait zum er muss man dann nein weh drücken um äh von Leiter zu Leiter springen äh verstehe ich genau was du meinst auf den ersten Jump ja doppel W auf äh Leiter zu Leiter springen ach nein muss man nicht hallo 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 ja ich komm doch so nicht hoch ey ja wir haben Game Mode gegeben ich habe jetzt ich muss jetzt goldene Äpfel nehmen sonst sterbe ich ja jump baby jump ich cheat ihn auch mal ein bisschen was zu essen ich habe schon was hier mit das muss man ja nicht ein Game Mode machen ja ja wenn man kann es mehr als das hat schon so außerdem weiß die IDs aber ich weiß ja anscheinend nicht ich weiß es ey Supercraft spring mal weiter ja 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 ich blockiere den Verkehr hier ist 2.9 schon offen ne noch nicht wie soll ich denn jetzt springen um da rein na geht doch guck mal wie ich das mache nein boah ich verstehe das nicht Leiter zu Leiter springen das verstehe ich echt nicht ey ja das geht ne so ich geh jetzt mit neuen Äpfel hier rum ne kurz nein ich behalte das Schiff gedrückt einfach einfach Schiff gedrückt einfach okay die Aufnahme geht glaube ich länger als 45 Minuten boah Leute erratet erratet mal wer 2.9 geschafft hat 2.8 2.8 juhu juhu uh u günder mach auf ich alle prägerlichen es bringt sowieso nicht hier ist nichts mehr zu ändern lol es ist nicht mehr so ach so finito Gonzales cc so auf zu stage 3 wüste oh nein da sind überall Kakteen es ist der Streitermann nicht machen wieso nicht so hier vorne steht's Multiplayer is not recommended for cacti jam das heißt wir dürfen nicht auf Kakteen springen ne das klappt aber total schlechte Multiplayer dann ab zu stage 4 ja würde ich auch sagen weil dies eh kacke also schwer kommt nochmal aus hier lang st ne auf die Ecke ey Popelo mach mal äh nicht wieder game mode 0 h h h h h h ja h 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 er hat verheiratet immer noch abzulockte ja ich die ersten ab abkürt das war wieder kopierte wieder abgekackt es ist ein bisschen gegen die er wird da wegen dir ja ja jetzt nicht wieder schuld hier ist es auch war die Schäden heute macht einer der zwei jahre seht ihr so geht das wenn einer im Checkpoint macht ja einer Checkpoint aller Raum hat die Monster nicht ausgemacht ja dann müssen wir die halt wegficken ohr Günther ja ja los wir machen die Spinne fertig die alle raufprügeln die Spimmseide nein wer hat mich geschützt ihr Eicheln alter ihr Eichel habt ihr alle Eichelkäse oder was Prozent aber wir reichen diese Prozent denn sie sind aber es ist ja damals geschickt er hat mich auch mal Checkpoint auf damit gleich oben danke die Leute soll lieber nicht nach Eichelkäse Google lieber nicht ich habe man das kann mir auf meiner Vorraten weil wir auch gar nicht ich schritt schon ich habe schon geschafft ich bin schon der ist der 4 5 nachher er schon lange offen die Eier Prozent ihr was also da war es vorteil wenn sechs Leute das machen die Checkpoint sind schnell offen alle das stimmt wir sind noch ziemlich die nicht das springen können also nicht Jump Experten sind ja wir sind die Ehe oder Ehe auf einem Turm draußen ja ich er hat das kaputt gemacht er wird es kaputt gemacht man jetzt kommen wir gar nicht mehr rüber ich mach das macht das aber ich war das ich glaube ich mag worden als Dr. Magathen und durchführt er ist 1.5 Uhr genau die Hälfte ich habe ich bin schon ich bin schon fertig auf gott schweiz erhältlich sind er so erster wenn uns aber dann fast ganz oben warte mal er ist einer schon bei 4 5 er hilft 6 ja ich bin da weg und es offen genau gleich schon oben der in der gehen da runtergefallen dort heute er soll man das in weiter man darf er bei der mit gar nicht drinnen bei der städtchen den interessierten das das stimmt ok er hat mir fest dass ich ansonsten schaffen bitte müssen eine türkische Mama stresst aber auch geht Schamala die will Döner machen sie sind ja wahrscheinlich ich habe mich darüber auf dem Baum oder dort und Leute ich kriege den Streikraum sie sind und jetzt hier muss man sagen wer hat das Ding weggemacht also ob ich repariert sie da er kennt uns mal wieder hin jetzt ob der Baumeister Rennpultet mit der Bogen also nicht nichts relevantes die Wunden und sie hat noch ein typischer Frauner Döner die Städte Ereignisse hat liebbar verpackt der Gäste Brommer Döner toll sein andere Liebfarbe welches muss verdammt die Euro ja es ist es und dann er ist eigentlich schon auf die Morgen ja ich hätte er verkauft es gilt ich habe sie sind aber selber noch nicht weiter sein Ja, dieser Super-Crafts, der cheatet. Ja, Entschuldigung, ich hab grad repariert und dann bin ich weitergeflogen, so automatisch. Automatisch. Voll, dann automatisch. 2-7 ist offen, äh, 4-7 ist offen. Ah, okay, dann auf dahin. Ich mach mal hier Wasser hin, sonst tut sich ja noch einer weh. Hey, wo ist der 4-7? Verarschen? Ach, hier geht's hoch. Ah. Ich brauch mir erst ein bisschen gesund. Ey, Mann! Ey, Super-Crafts gab mich so brutal auf die Seite geschubst, ey. Oh. You mad, bro. Oh, 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 oh. Wenn wir diesen einen Erfolg, bitte. Oh, oh. Ja, irgendwie sind wir hier nur zu vier, oder? Äh, irgendwie schon. Soll ich TPA all-mal. Die nächste Stage ist auch offen. Allnacht, ja. Ich hab nicht mal einen Stage gemacht, glaub ich. Ich hab auch nur eine gemacht. Ich mach's bitte. Weil ich immer abgekratzt bin vorher. Oh. Warum ist Eis nur so rutschig? Keine Ahnung, frag mir nicht. Falls gefrorenes Wasser ist, ja. Ja, der muss ja nicht gleich rutschig sein. Doch, genau das ist der Sinn dahinter. Gott wollte das doch. Aber eigentlich ist das gefrorene, äh, Wasser ja nicht rutschig, sondern die Schicht, die da drauf ist mit dem Wasser, die ist so eigentlich immer rutschig. Das stimmt. Mysterien der Welt, ne? Tja. Oh, ich komm nicht mal über den zweiten. Ich könnte meinen nächsten Checkpoint machen. Golem. Oh mein Gott, warte. Ich hab's gleich. Na, und wenn Samy es nicht schafft, dann bin ich schon noch hinterher. Scheiß, was meinst du, 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 meinst du? Nein, 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 nein. Dann warte ich, bis du hier bist. Ja, nein. Wo geht's, ach, Fe draftig will, keine Chance, wa? Ja, mach die ganzen Eisglöcke weg. Ichi nicht, ichi. Ich war total, dass zählt nicht, ich dachte, hier geht der Weg weiter, das war aber nur ne Verarsche. Hier, guck, dieses. Ich hatte noch zum Dach, springen, muss man aber nicht. tense. Ja, mein Eisen, nein, also, mein Eisen. ja hier er ist gesetzt ihr kriegt auch Blödschen 9 da war die Kampel fallen das ist ja nur schlecht nur ja ich habe das ist alles ich habe geschafft ja okay eröffnet die Punkt 9 nein nein wir sind fertig schon wieder also wir schaffen die Map doch meistens noch mal kurz auf hat nur ich 5 Stunden gebraucht dafür oder weiß ich wie lange städte geteilt mit der zurück schweiß erster wir können ihm all den scheiß zu schmeißen den wir nicht brauchen hier können dann ließ bauen und eis ich passt damit die podemos аж die und die den f er ist der jetzt ein erbs landet hilfe so leute ist stellt sich gerade ein kleines problem und zwar ich muss jetzt leider los ich auch essen wir könnten gegebenenfalls noch später weiter aufnehmen schneidungsstellt aus der afg warst hier wo ich aufgabe das ist da habt ihr bestimmt gequatscht ja nee ich habe eine scheiße gelabert mach lieber weg bitte als ich da war haben wir auch eine scheiße gelabert ja aber nicht so viel scheiße ja ich schaue das dann nachher mal an und wer das mal technologisch aus nee ich muss jetzt aber los nehmen wir dann nachher nochmal auf so einer halben stunde ja okay in einer halben stunde da bin ich weg na gut dann kann ein anderer Typ hier mitmachen dann bin ich nur in einem teil oder oder ist der teil jetzt weg wie der teil jetzt weg in dem wir jetzt aufgenommen haben lesen hoch oder zu denen ja das ja was jetzt aufgenommen haben dadurch hoch ja gut dann kann diese andere typ der jetzt nicht mitmachen konnte der kann jetzt mitmachen also ja und ein kumpel da dein dann mache ich jetzt einen kleinen katz ja so bergert schon uns ja wir sind hier ein weniger leute geworden und bei einer neuen stage neue location alles neu wie es ja auch schon peter fox gesagt hat die einzigen beiden die jetzt hier auch um mich geblieben sind sind x samuel x und sind wir praktisch bei war bei law zu dritt so ein Jahr das ist jetzt schon geschafft hier geht's weiter das ist ja voll der Speed-Cletterer uhr laja lange übungen da gibt es auch hier irgendwie als Prozent das nicht nur diese ganz schnell Berge aufklettern was ist das was jetzt in real life ja mann mann für mich so als es nicht Berge sondern erklüben ja ich hab so Leute gesehen auf YouTube manche sind schon abartig ich finde dann die Hose scheißen bei so bei so Klippen ich mir auch wollen gleich noch Höhenangst habe glaube ich ich könnte niemals von so einer Höhe unterschauen hatte da würde ich sterben haben wir schon alle drei was gemeinsam ich bin aus der Welt gefallen ja ich sterbe hier gerade ok das ist strange nach meiner tp Moment ich bin ja fast durch Scheiße bei uns verlierst du auf der Stelle Schaden wo steht sie ich bin grad voll nehmen muss ich mich bin grad voll gegen die Leiter gepackt okay es ist wirklich strange wir haben die Rausch auch ganz nicht ja ich höre uns ja ich bin nun mal die Arsdorf diese Schacht diesen Jump hier nicht den letzten Wort ja und nein diese Leiter Jump so wir hatten und dann den Shopping sie nein nicht erhält es wird hier was ich versuche mit der alten Methode er geht ach so der ex punkt wie ich das mache ich ich schaue ungefähr die ecke an und halt die ganze bin bis nie die zurück so jackpot offen falls es nicht schafft falls du verzweifelst ja ich will noch ein bisschen versuchen ich habe die map doch eigentlich schon mal gespielt sogar als netzplay ich glaube ich noch so mit neck aufgenommen moment ach verdammt ja ladies first alles klar wieses erst jetzt immer so ganz im chaos im skype zwei frühen ganz schön extrem ein verdammt moment die gefurte wie so mit den schönen er wurde diese geht es nicht zu hey ich bin dort von der runde und es war es mehr pro nach diesmal wird hier kommt darauf bitte nein ich will das schaffen ja komm herrn ach so heißt es ist mann aber jetzt geht's los ich gehe dich damit das zu scheiße ja was haben wir um noch mal auf das zu sprechen sie kommen von bringen ich glaube ich werde irgendwann mal auch in der stelle dieser machen aber ich weiß noch nicht genau Prozent ja nicht das jemand anstelle mit ein bisschen Fantasie wahrscheinlich geschafft so lange die Leckleck aber beim letzten Sprung schon im Sinn was ist Mio das muss an sein glaube ich auch hier ja von ich habe den Schalter umgelegt und das wurde mich an ach ich glaube ich wäre das schwierig oder es ist selbe hatte meinst du du musst dir überhaupt nicht hin aber nachdem du schwingst musst du noch ein bisschen weiter nach vorne laufen das hat ja die die für Angelus hinten so kommt von scheiße ich glaube das ist schon ein bisschen anders im Multiplayer weil die Türen weil die Türen der Tag so lächig sind nein ich war schon hier vorne ich hoffe mein neues Projekt ist auch also was ich euch von erzählt habe da haben ein neues secret Projekt das ist bis zur Ausstrahlung dieser Folge schon draußen man ist diese Folge draußen freitags nein nicht schon wieder also das ist nicht am freitag die nachten drauf sein das hat zweiter der dreizehste okay vorsichtig 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 ja und geschafft go echt das geschafft ja oh ja hier ist ein Jackpoint die Türen hier aus hey wir hatten das auch geschafft hello magic die Türen sind jetzt aus das war sich jeder Mann der Korn also dass es also das Geld wollte ich mache ich auf so jetzt ist es auf okay dort andere Tür an die wir gehen mit zum Bereich boah was ist das ich muss verspringen weisen jeden Fall nicht ganz einfach und er und er er hat er 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 warum wenn das ist was eigentlich wird so ich hab's schon geschafft Moment, warte, ich bin doch guck, ob's gerade auch noch schaffe aus i-Products, neue Mac-Products also das neue Apple-Products echt? nö ne, ist doch i-Pro nö warte, ja, ist doch nö 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 russner Scheiler russler Nö 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 WT sie sind aus dem Ort geben und an nahe die Mord freundlich die Kredite er hat die solche Zierow Kredite Schöne Prozent und so die Wur auf jeden Fall natürlich hohes Niveau als er ich habe kommen wir so gut aus das so sein auf YouTube ja dann macht er es bei dem Motto nicht also kommt noch und daraus er macht so was durch ja ich auch mit meinen der Schubsticht und die sie sind Prozent bei uns schützt die Verlust um die Gegend man hat nicht so über das Lauschen ich hab's nicht gehört muss man auch zu stellen wenn man nicht nur noch eine durchfährt ich meistersten Lautstern Prozent A Haus schmiert Vogue du bist hübsch mit und geschafft hatte was er die Schuss nicht schossen Nein, da geht nicht schlups. Geh weg. Ich komm mal mit rauf. Ja, wer ist aus... LOL, wer ist ausgeschafft? Ja, das geht, man kann hier rauf. Was aber cheating. LOL. Voll nett. Hattest du hier aus dem Weg. Ey, er hat geschummelt. Du Cheater. Ihr seid alle verdammte. Hey, Hecker. Die Cheater. Er zuerst schießt. Nein, ey, schubst du nicht. Und dann fällt er auch noch runter. Also ich bin oben drauf. Schau ich mal nach oben. Ja, irgendwie schon, ne? Schubst du nicht. Ey, schubst du nicht. Ich bin nicht mehr auf der Leiter, wie soll ich schubsen? Ja, ihr seid voll die Bug-User. Aber du... Ja, wir backen gerne. Ey, geh durch, geh durch. Nein. Nein. Aaaaahhhh. Hattest du erst in den Cheat... Äh, den Cheatpoint. Ach, komm! Heike schafft. Alles klar. Checkpoint ist offen. Hab's schon geschafft. Ganz ehrlich und ganz... Du weißt, was ich meine. Ganz ehrlich mit Game Mode. Was für Game Mode. Bad Music. Äh, ich meine natürlich Game Mode. Okay, ja, ist klar. ich erzähle nur ich denke da gerade an die geschichte der bananenwixer falls ihr die kennt ich kenne die nicht das ist doch glaube ich erst usk 18 ich habe ein olympics angeguckt aber ich will das jetzt nicht in form dieses videos hier öffentlich publizieren das dafür war ich ein special video er hat jetzt noch die für 100 abonnenten inzwischen ja habe ich immer noch nicht gemacht feuchten ende druck ja das ist so episch also du triffst jeden persönlichen gibst ein feuchten ende druck alles klar das ist eine ehre wir erst haben schon Autogramme vorbestellt natürlich nein und da ist erstmal ist der lukas ist auch noch platz gescheuert ja ich weiß nicht ob der mit springt jetzt in den jahren kann ich noch einladen dann frage ich mal ja genau problem das ist unmöglich da oben es dauert uns ganze zeit naja so sieht also aus der mann ist wer kann es auch ein bisschen mitnehmen bei uns sehen bei uns sehen bei uns schon so nähe ich hier aber habt ihr in dem Moment ist das schön ist dass sie noch mehr abonnenten damit sie noch und damit noch ein special kommt dass noch mehr abonnieren sollen und dann bekommen sie einen keks bei 500 abonnenten per post stell dir mal vor wie trocken der sein wird dann muss ich so ein einfach milch tupfen damit sie schon wieder ja genau es gibt auch diese cookies diese amerikanischen kekse ja die tupfen auch eine milch oder nicht kann man machen er ist auch so das macht man auch nur mit denen oder nicht mehr was heißt ich kaufte mir immer wenn ich Prozent mittags unser Richter und schaue ich mir immer und dann Prozent es ist immer so so eine Schule so genau unter der Bank er macht doch noch vier an das das war das denn jetzt ist ein super das war ich mich auch gerade hey zocker hörst du uns eigentlich also Lukas hörst du uns eigentlich ich hab das mal in den Chat ich will ja nicht die ganze Zeit von irgendwem gestalkt werden dann redet man mit das redefreiheit recht ja aber er kann ja nicht reden und wieso äh wieso musst du mich bestechen dass ich reden soll ja weil du taubstumm bist und dann soll ich mal alles ein sind dann kann da ich glaube es wird mir nie schaffen ja ich hab schon mal alleine geschafft und wenn du das wohl als Team schaffen Oh lol Machen wir Oh, fail Allgemein, hier alles fail Das geile ist, dass wir auch noch 4 zu 6 waren Übelste Stimmung Und jetzt, äh Ja, das ging auch voll schnell Einer hat ein Checkpoint geöffnet, dann der andere Das stimmt, da waren wir auch 6 Deutschland Und jetzt hat eigentlich nur abgedrehte Scheiße gemacht Du meinst wohl, schade Abgedrehte, schade gemacht Schade, schade Schokolade Ja, Felix, keine bösen Wörter Hier kommt natürlich nie böse Wörter Nee Alter Und ich kam da nicht hoch Ich merke schon, dieses Display ist jetzt ziemlich ranzig Stimmungsfall Mann, ist sämtlich vorbei Nö Prozent ich muss auch so viel tun und das Kilo zu viel Information muss man die Tick der Koalition machen nur eine in Enttäuscht ja mindestens wir müssen dann bin ich aber die hat das nur geschafft Märchen drum nun da mal drüben in Verbindung ich kann doch ein Trick ob noch nicht so sehr sie sitzen die sich das zu treuern zuerst doch ganz ehrlich Prozent Prozent was er jetzt nicht die gesetzte gesetzten doch jetzt gar keiner er wie ist gar keiner das ist ein Checkpoint es steht nur etwas von der Toilette Toilettenparty hier ist ein Checkpoint so viele Bücher das kommt mir so fremd haben ja auch Bücher lesen wobei Bücher lesen das geht eigentlich hast du in deinem Leben als ein Buch Sveni gelesen ja ich nicht Drachenfeier ist mein Lieblingsbuch kann ich auch nur jedem empfehlen doch gleich auch eins ich hab auch eins Hexie-Buch Scheiß, er hat ne Nase wo geht's denn hier mal lang, ey Boah, das ist ja was Messe verblicken Hä? Das ist ja aber nicht dein Spiel Ja, ich hab schon alles runtergestellt auf Tiny und alle Animationen hab ich auch gemacht aber mir lebt jetzt nicht mehr Hallo 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 mein Mikro hat eng wie Raum gesprungen, keine Ahnung das stimmt man hat es auch ein bisschen raus und wird ja und die erste Stoffer noch im Hintergrund ich hab's geschafft Anna ist nachdem man ist ein Checkpoint die beiden Gebäude springen so oh ja klar ah, hier ist ja hier hinter dir in der rechts und jetzt nein, nein, nicht so hoch ja egal immer wieder runter die war wieder nach unten ganzer Runden ja, gib mir Springer wieder nach unten und da wohl es ist du weißt, es ist 6.1 dann haben wir es geschafft ja, ich bin aus Haus gesprungen und dann kam ich hier auch noch ja, okay, dann es gibt so eine Stage 7 ja, es gibt Stage 21 aber die ach, schaffen wir ich hab mal zwei Minuten ne, Spaß machen jetzt lieber erst eher noch was so zum Abschluss ich hab jetzt auch schon wieder 40 oder 45 Minuten Material egal der äh, der klickt immer Rapid Fire natürlich liegen am Tag davon muss man Video machen, wie du klickst ja ich kann ja auch mal ein Letz, äh Letz abonnieren, geh auf allen möglichen Kanälen und abonnieren die dann machen wir das Block ja habe ich sogar schon mal überlegt oh my god ich hätte sterben oh my shit die Spiegel der Diätierter ach, deswegen leckt das jetzt so das war so mit dem Server lol 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 ich sag nur, oh geht wer ist denn jetzt eigentlich mit in die Skype-Config reingedrungen? leh, leh leh ah klar ich bin bei Insider ich bin einfach von uns bei Insider rein wenn da nichts ausmacht ja es war mit Lachflash, alter puh so ja ja das war's ja wohl zu ziehen so ein Letz-Community oder? ja ja und auch schnell und entspricht ja noch ganz kurz aus so ha es sind flex jetzt darfst du nicht nach dem Hof ansammeln du musst fragen ob mir bitte keine Daumen runter bekommen bei dieses Video ich möchte keine Daumen runter bekommen oh wie kann man sowas süßes nur widerstehen das stimmt natürlich ja abonniere den sofort das war das war zu süß boah ey na gut ich hoffe es hat euch gefallen alle Kanäle sind in der Beschreibung und ja haut rein abonniert mich was ist ganz der an nach dem